Reiß du mal schön. Was? Reiß doch. Kannst du damit aufhören? Nein, ich glaube nicht. Oh cool, ich habe durch den Zaun durchgeschossen. War richtig durch die Mücken. Oh Mann, jetzt dachte ich, habe ich mein Auto mit dabei. Das Geräusch von ein paar Wackhits, die gleichzeitig bei lebendigem Leib verbringen, sollte reichen. Du hast doch eine Feuerwaffe, oder? Nein, da hat es bis jetzt nichts. Unmöglichkeit. Möge es dir enttreiben. Ich hoffe, du bist gewinnig. Seit Ende. Ach, jetzt, 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 mit den vielen Vögeln. Herr Berg, wir müssen einen Vogel finden. Geh mal da gerade raus. Sehr gut. Jetzt steckt noch ein paar mehr an, bevor der stirbt. Dörfer nicht die blöden. Da развah die Kiel, jäli? Die müssen sich nicht verpuppen. Das wär. Wo ist es da? Ah, das ist ein kleines Badass. Ja. Und dann mutieren noch mal welche. Wer schaut, dass die anderen sich mutieren? Ich nicht. Ach, hinter mir war die ganze Zeit was. Sie sind ja lauter normal. Sind das normale gewesen? Ja. Da mutiert jemand. Oh, das ist ein Badass. Kann ich's machen. Oh, das ist ein Fettes. Das droppt was Geldes. Das droppt eine fette Waffe. Die fetten Dinger droppen immer wieder, das Scheiß. Nee, das ist mir was nichts. Cooles Loot, was der getroppt hat. Das letzte fette Viecher hat einen gelben Rocket Clown schon getroppt. Lass erstmal die mutieren. Mach nichts mit denen. Lass sie mutieren. Dann komm zu mir. Ich mach hier grad was. Oh, wo bist du? Der mutierter Badass. Mutierter Badass. Oh, das kleine Viecher von hinten dran. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Wo ist das kleine Viecher? Da. Da direkt von mir. Da. Alter, wie viel mutierter Viecher sind das? Dann komm mal zu mir. Hast du das jetzt zum Brennen gebracht? Ja. Die stehen mittendrin. Die stehen auch mittendrin. Oh, da ist er, der Morikai. Ich glaub, das ist der Sinn und Zweck von dem Crash. Wir sind wirklich tot. So, wo bist du? Ich hab dich. Ich kann mich nicht wiederbelegen. Was bist du, Kleiner? Da bin ich jetzt denn. Ach, ich bin tot. Oh, da bin ich jetzt. Ist der mutierter oder normal? Der hier? Der war normal. Badass. Das ist ein Badass. Das ist ein normaler Badass. Wir müssen wieder weiter suchen. Gott, ich will ein Ohr sagen. Ich sage jetzt, wie ich doch immer über denied. Hier sind auch die blöden Ander. Ein weiteres Problem. Mann, ripping Spani Uhr. Oh, das ist einfach. Ich glaube wir müssen mal in die Mitte von der Map Kann das sein Da in dem Graben oder was auch immer das da vorne ist Da hat es genug so kleinen Viecher Ich bin gerade auf dem Gebäude Ich muss auf dem Gebäude Da hat es eine Lootkiste Nimm sie öfter Und was zum Entdecken Da hat es was zum Entdecken Das ist cool, muss ja gar nicht Seht ihr das? Das Ding ist mir da nochmal reinkommen Ups Jetzt auf jeden Fall so eine Treppe erstmal Guck mal Zu einer Treppe Ja da ist auch so eine Leiter Treppe und Leiter habe ich bis jetzt nicht gesehen Hier hat es eine Leiter Da bin ich ganz falsche Leiter So, wo ist Kammer Symbol? Da auf dem Boden oben Ach da, ich stehe direkt da vorne und frage mal nach Ja Ja Ya Ja 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 Alles Ja mit was schießt du da rum mit meinem rocket launcher du darfst die kleinen dinge nicht in der vorzeit immer killen ich kiehl sie ja nicht du musst sie einmal schlagen und dann abbauen und dann warten bis sie sich mutieren ich mach dir fast zu fettig mit einem nachempfang schalke du darfst nicht zu buchsen ach mann du hast auch so mutierte Füße ja mehrere sogar so schlecht mann ich hatte den doch dann nehmen wir meinen Tod auf mich gut 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 Ah, ich glaub das ist der Mordecai, wo uns gerade alles vor der Nase wegkühlt. Ist er das? Ah, weil das eigentlich Piste auf uns ist. Wir müssen jetzt sein Versteck finden. So, scheiße, hätte schon ne Zeit. Und haben wir irgendwie neu wieder zugekriegt? Ne, bis jetzt sind es immer noch 5 Stück die zuschauen. Weil mein ganzer Kombo hat sich gerade gefriest. Ist immer gut. Immer noch, wenn man es so sagen will. Weil er macht wieder was er will. So wie immer halt. So wie immer. So wie immer bum 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 bum. So wie immer. 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 nicht zu einfach ne schon so beide sind irgendwie Schwachsinn ich habe auch einfach das erste genommen jetzt gehen wir erstmal das Inventar leeren und dann können wir die Aufgabe machen aber schade dass es hier kein Auto hat ich weiß das wäre viel lustiger mit dem Auto und so ist er auch krass ja aber du musst mal durch gegenstreben Bewegung Bewegung ist schädlich weißt du doch ja das ist immer schädlich nur wie Gemüse willst du eine Rockets launchen mit 1000 damage? braucht es nicht Lass es nicht zu sehr krachen ich bin ein Verkaufwiesend da wir wieder einverkaufwiesend lebe wohl bei uns jetzt werden wir die kleinen Tina kennen es ist jetzt ne und da steht sie ja ich glaube echt wie hast du es rausgefunden? ja ich habe es jetzt gelesen echt? kannst du lesen? na guck mal da fliegen die da solche Viecher oh ich habe was geschafft hier ist einfach oh wie viel